moin moin und herzlich willkommen zurück zu ich hätte fast den namen vergessen lords of the fallen die ist auch noch eine tür die ist zu ich habe bemerkt dass hier oben eine spille klebt so der hammer ist bereit wir können rein du brauchst deine kinder hier gar nicht auskacken die wir keine haben hier ist nichts interessantes warte mal das kenne ich doch hier alles irgendwie klar wir waren hier schon wir waren hier schon haben wir übersehen monster verließ ob ich habe wieder zu wieder den anderen scheiß drin für dich brauche ich aber kein hammer schaffe ich auch so wir haben die zwei gefunden sie im regen gekämpft und sich gegenseitig mörder geschimpft haben wir hatten keine zeit für nachforschungen und haben sie der vorsicht halber beide eingesperrt selbst wenn keiner von beiden ein mörder ist sind sie beide laute unruhe stifter was los hier wieso geht nicht hoch warum geht das geht da nicht hoch ich will hier rein ich habe vergessen gibt es wahrscheinlich noch einen schalter wo ist er und und Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Warum sollte ich? Lass mich warten. Du willst, dass ich deine Zellentür aufmache? Und mich dann tötet? Es ist nicht schwer. Findet nur den Hebel in der Nähe. Zieht ihn. Befreit mich von meinem Elend. Dich töten? Mein Fleisch ist befleckt. Ich wandle mich in eine dieser Kreaturen. Tötet mich, bevor es zu spät ist. Hört sich einfach an. Ach, sieht der Hebel. Mietekätzchen. Halt. Der Griff fehlt. Jetzt willst du mich doch rollen, oder was? Jetzt müssen wir gleich eine Runde rum sein. Hier ist noch ein Hebel. Für die beiden Türen. Hebel. 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 Er hatte Pläne gegen Antanas geschmiedet. Verflucht seien er und seine Familie. Ich kann hier mit Mördern und Dieben sitzen, aber ich hasse diese politischen Ränke. Moment. Habe ich jetzt alle Zellen geöffnet? Auch die, wo der Typ drin ist? Natürlich nicht. Ah. Jetzt ist das Toten auf. Wetten? Gehen wir gleich mal gucken. Gehen wir gleich mal gucken. Ich glaube schon. Mal speichern. Oh ja. Oh ja. So. Kriegen wir jetzt auf den Sack, oder nicht? Mal gucken. Vettel. Fettel. 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 Ein Mann. Okay man. Alter. Den kann ich gar nicht blocken, Alter. Den kann ich nicht blocken, scheiße. Oh, so geht's. Ha! 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 Oh, scheiße. Oh, ich hab mich erwischt. Der auch. Mist! Ha! Ha! Junge! Da gibt's... Kopfschmerzen! Warum weckt so eine leiste? Warum? Was ist denn eine Wutanzeige? Oder was? Oh, hilft auch nicht. Wozu habe ich so'n fettes Schild? Das hilft. Sehr schön. Spüre meinen Hammer! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Ich hab dich durchschaut! Ich hab dich durchschaut! Deine zielsuchenden Boden... ...paketen! ...paketen! Wow! Das ist neu. Aber easy auszuweichen. Wenn wir nicht zu dicht dran stehen. Scheiße. Oh, fuck. Scheiße. Wir heilen. Mist. Gut. Wir sind bestimmt nicht mit dir. Puh. Ah, die kann ich blocken, okay. So, mein Freund. Bleib siehst du noch einmal mein Hammer und dann... Mist. Mist. Scheiße. Waaahhh! das war der champion kommt her hört mir zu stachel faustwaffe wird nicht stärker sein als nein immer noch die stärkste wer wollte wir brauchen eure hilfe wer bist du hey hier drüben kommt her hört mir zu was war das denn das ding ist tot antanas sagt ihr könnt herein kommen diese tür führt in die zitadelle wundervoll menschlicher schädel mensch wir können bald wieder zu karg oder wieder heißt was das da oben nein das ist schon so ein behinderter sondern ganz tot vielleicht sollte ich noch gar nicht hier sein gut ja ich muss gestehen dass ich einen fehler gemacht habe ja ich habe etwas gestorben nicht aus not sondern aus gier ich habe nicht gehungert und ich lag nicht im sterben ich wollte es nur haben weil ich es haben wollte aber reicht das um mich derart wegzuschließen sie denken das böse sei absolut alles böse ist das reine böse bin ich böse nur weil ich etwas gestohlen habe gut ich gehe jetzt mal runter in die tür ja warte mal ich mache schon mal die zählen tür auf diese musik erinnert mich so ein bisschen an diablo bin ich richtig ja gut mache ich hier erst mal einen break und dann sehen wir uns nächste folge wieder bis dahin ciao ciao